15 Alkoholmeister aus der Vizekmeinde Sommerach, das erste Weintagsübereitung an die Weinberlin-Frau Doris Kufler. Auf eine gute, gesunde, schöne Wiese. Prost! Schlag doch ab und riecht ein Traumbecken, ist der Rat. Es ist wie immer Träume von dein, du musst jetzt sein. Aber ich will was ran. Also ich muss noch ganz kurz hier nochmal reinkriegsen, bevor es richtig losgeht. Weil der Elmer hier, Bürgermeister AD inzwischen, Frau Volker, ist seit ungefähr genau 40 Jahren, wann bist du das erste Mal eingezogen? Fangfragen? 1984. Also, dafür haben wir hier ein großes Herz als Erinnerung an diese Zeit machen lassen. Bitte sehr. Und jetzt kommt der griechische Weint. Bitte genau da einmal weitermachen, wo er angefangen hat. Du bist die Weint. Bitte sehr. Du bist die Weint. Bitte sehr.